Hallo Freunde, wir sind jetzt mal wieder in Cologne hier für drei Tage und müssen natürlich drehen, wie soll es sonst sein, damit ihr auch während wir unterwegs sind was zu gucken habt. Zunächst, liebe Freunde, gestern kamen die Chart-Ergebnisse von unserem Album Affenbande, liebe Freunde. Und wir haben die sagenumwogende dritte Platzierung geschafft. Wir sind auf Platz 3 gechartet. Das ist krass für ein Debüt-Album. Das ist sehr, sehr krass. Tausend Dank dafür, liebe Freunde. Manche von euch wissen natürlich, dass wir auf TV auch diese Wette gemacht haben, wo wir gesagt haben, wir machen so ein überkrasses Let's Draw. Wenn wir auf 1 charten, sind wir nicht, aber wir machen das trotzdem, liebe Freunde. Keine Panik für diesen krassen Support, den ihr uns da gegeben habt. Machen wir das auf jeden Fall. Ich schätze, ohne uns jetzt darauf festlageln zu wollen, weil wir müssen das ja noch planen und dann umsetzen. Ich würde mal sagen, die überübernächste Folge, also die in praktisch drei Wochen, liebe Freunde, ist so geplant. Dann werdet ihr auf jeden Fall mehr erfahren, wenn es da näher kommt. Und jetzt schauen wir mal an. Jan macht hier gerade auch noch einen Ausschnitt für Songs in Real Life. Ich habe gerade gekotzt, das sei eben so. Nein, wir drehen hier gerade Songs in Real Life. Ihr seid jetzt gerade live in an Tank Chang, läufst du? Ja, ja. So, ja, okay. So, ja, okay. Guck dir das an. Okay, läuft. So, Moment, wo ich die Schärfen richtig zeigen. Zeig, boom, keine Lander, was haben wir gerade drüber, und action! Oh, 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 oh Liebe Freunde, kennt ihr das irgendwoher, dieses Geräusch? Ich weiß es nicht. Flap, flap, flap. Hier ist Shinglo, raus aus dem Krankenhaus. Es sieht wieder frisch aus, frisch und munter. Aber es geht weiter, meine Freunde! Wir lassen die beiden jetzt erstmal allein, damit es auch fertig wird, Freunde. So, wir sind jetzt hier in irgendeinem Park und es regnet ganz doll, liebe Freunde. Das ist immer so eine Sache, wenn wir draußen drehen, immer diese Außeneinwirkungen wie Licht, Wind, Regen, Lautstärke, wie jetzt gerade. Das hindert immer diesen Dreh. Wir befinden uns hier in der Wildnis, Freunde. It's going wild! So, wir machen jetzt den zweiten Ausschnitt von zehn. Mit Casper. Casper im Ascheregen. Casper. Casperados. Casperle Theatere. Okay? Also, wir verraten euch jetzt schon mal den Gag. In Casper-Song Ascheregen sagt er ja, yo, tanze im Ascheregen, tanze im Ascheregen. Aha. Und wir haben hier auch so Asche mit. Das ist so Mehl mit Farbpigmenten. Und daran verschluckt sich dann gleich unser Casper an der Asche. Und du bist unser Casperle? Genau. Ich kasper jetzt mal gleich ein bisschen rum. Okay. Schaut mal wieder ganz strange aus. Eine Kamera. Unser... Ist das... Ja, ich muss die gerade so... Ich muss die gerade so ein bisschen saven hier vor dem Intensivregen. Ihr seht ja schon, wie nass die geworden ist. Ich denke. Während diesen Takes werft diese Asche immer so durchs Bild. Aber nicht, noch mich, noch nicht treffen. Vorne lang. Okay. Lass ballern. Ja, los. Hey, tanze im Ascheregen. Hey, tanze im Ascheregen. Stopp. Ah, ich hab Asche. Ah, ich... Rekalde. Boah. Boah. Scheiße. Ich hab wirklich voll ein Fresse bekommen, Alter. Oh, shit. Du siehst aus wie Braveheart jetzt. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt dazugehört. Boah. Du kriegst wirklich keine Luft. Hab ich auch kurz nicht. Zeig mal. Zeig mal den Take, ob der geht. Und der Take ging dann auch, liebe Freunde. Das war das kleine Backstage-Video für heute. Wir haben uns erst mal geduscht. So sehen meine Haare ungestallt aus. Wie so ein zwölfjähriger Junge schau ich aus, oder? Oder? Liebe Freunde, das war's für heute. Hier seht ihr nochmal mein Zimmer, mein Unaufgeräumtes. Schaut mal mein Bett. Hier. Kommt jetzt zerstört, liebe Freunde, von dieser Frau. Hashtag Gerüchteküche. Hey, liebe Freunde. Wir sehen uns dann Freitag. Kommt dann Songs in Real Life online. Und jetzt muss ich kurz mal was gucken. Bevor ich hier was Falsches sage. Am 28. sind wir in Bielefeld. Am 29. in Stuttgart. Und am 30. in München. Ich glaube, kann sein, dass es da noch Karten für gibt, für die Shows. Wenn ihr da irgendwo dann seid, kommt einfach mal vorbei. Dann sehen wir uns da. Machen ein bisschen Party, Party, check, check. Ansonsten könnt ihr mir gerne, aber den anderen auch. Das muss ich fairerweise sagen, liebe Freunde. Auf Instagram folgen. Ich werde hier gleich so ein ganz billiges Bild machen. Ich mach das mit Peng, glaub ich. Mit den Instagram-Namen, liebe Freunde. Danke nochmal an die Platz 3. Wir sehen uns dann bald hier auf TV wieder. Oder auf dem Hauptkanal. Oder auf Instagram. Oder im Real Life. Oder in meinem Bett. Ciao.